Hallo und willkommen bei Technik Weeks, eurem Technik-Kanal. Beim letzten Mal haben wir ja einmal erstmal mit dem Smart-TV-Troll, also mit Kodi oder mit dem Fire-TV weitergemacht und manche haben sich bestimmt gefragt, warum kein Video kam. Es lag nämlich daran, dass ich so ein paar technische Probleme hatte und dass es deswegen einfach nur nicht ging. So, aber heute machen wir wieder weiter mit den Brüder-Power-Videos, was ja auch die normalen sind. Das andere sind nur so Extended-Videos, sag ich mal, die ich auch nur mache, wenn ich die Website drauf habe. Ne, ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal weiter mit der Website. So, also bisher sieht es ja so aus. Und Videoserie, da gibt es nochmal was Neues natürlich. Und wer Brüder-Power auch verfolgt, kann dreimal raten, was es ist, nämlich Among Us. Among Us. So, nämlich dann machen wir auch erstmal schonmal den Download für Among Us schonmal. Nämlich, dann kommt erstmal im Textfeld. Machen wir schonmal Hervorhebung 2. So, jetzt ist ja auch, oh, das ist noch blöder, weil es gibt ja für ganz viele Geräte. Wird schwierig. Erstmal machen wir natürlich Windows. Ne, machen wir jetzt mal Android bei Windows, weiß ich nicht. Äh, so. Among Us. Genau. So, kopieren. Also machen wir mal so, dann Download hier. So. So, das kommt einmal. Ah, die, oh. Among Us und dann halt Android. Ja, das müssen wir mal gucken. Weil ich arbeite mit der Webseite auch an meiner Webseite. Und das ist auch immer nicht so. Und dann halt iOS, Doppelpunkt. Ich nehme jetzt, also Switch Download nehme ich jetzt mal. Und dann irgendwann. Das ist das. weil das ist pro spiel ist immer so der ob er muss noch mal windows das gibt es irgendwie auch windows in dem fall erst mal wieder klein machen haben dann geht zwar nur noch einfach mal nehmen wir direkt mal steam da kostet in dem fall geld die hauptplattform ich glaube das sollte gehen man kann sie auch mal kurz testen gut 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 stein klappt auch wenn auch heute machen wir noch einmal so blogs machen wir erst mal weiter dass das wieder witzig da gehen wir erst mal wieder auf den ding rüder power und da gehen wir mal in die playlist nämlich roblox haben fünf videos genau und da kann man jetzt mal dann machen genau dann müssen wir nicht erst mal eine video serien und das wird immer länger das weiß ich jetzt schon roblox roblox sammeln jetzt raus und ich würde sagen ich suche die einmal schnell raus und dann sehen wir uns gleich wieder so weiter geht es nämlich jetzt habe ich einmal erst mal alle bilder rausgesucht und da nehme ich jetzt glaube ich nicht alle weil das sind ganz schön viel erst mal mq2 was mir dagegen hat dann mq21 genau 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 letztens auf speed hier in dem fall halt kommt aber damit hin weil das war er schon vorher und ich dachte mir macht sich jetzt einmal so als immer hier so 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 muss ja nur grundlegend gehen oder man macht dann parosell kann man auch nur finde ich deutlich so egal so erstmal erstmal machen wir erstmal den standard text wie immer lernen aufschreiben kann ich auch ja aufschreiben kann ich auch ich bin die Roblox machen wir nochmal ein Emoji da mit hin also mal kopieren wir schon mal mal gucken ob der jetzt auch hin passt und wie immer weit weiteres zu dieser Videoserie das kommt dann wie immer mit unter dem Text das Team ist dass die Macke so ich werde die Summels wird man dann noch nicht mehr so weit an die verschiedenen Spiele aber ich lasse es wird irgendwann viel zu lang werden da wollte ich vielleicht irgendwann auch mal wieder da Karussell machen das kommt aber irgendwann anders mal man sieht ja die ich so schon ganz schön lang deswegen das hieß da gibt es zwar irgendwie kann man 16 17 Videos auf dem Kanal nur trotzdem hat er da sehr viel Kram ja so ich hoffe euch hat das Video gefallen lasst gerne ein Like ab und dann kommt wieder und bis dahin bis zum nächsten Mal und bis dahin ciao 1 G8 Vielen Dank.